Herzlich willkommen, Martin, zur Fragerunde. Erster Heimsieg in der Oberliga. Wie fühlt es sich an? Gut fühlt es sich an. Ich glaube, für die Jungs, für den Verein, aber natürlich auch für das Trainerteam, ist es wichtig, schön, gerade auch zu Hause zu gewinnen und das auch gleich zum Auftakt in den Rest der Hinrunde, oder ins neue Jahr ganz einfach. Wir haben kurz gerade mal überlegt, wann denn der letzte Heimsieg war und erst ziemlich lange zurück, ganz einfach, durch die ganze Corona-Unterbrechung. Deswegen sind wir sehr froh, sehr glücklich und sehr stolz, endlich hier wieder in Amstatt die drei Punkte behalten zu haben. Also ihr hattet ja in der Soccerakademie ein Trainingslager und habt ja auch fleißig trainiert und habt auch hart trainiert. Wie sind die Erkenntnisse aus diesem Trainingslager gewesen? Es war ja nicht nur das Training, sondern es war die Vorbereitung allgemein. Es war eine intensive, eine intensivere, glaube ich, wie sonst, oder wie die Vorbereitung vorher ganz einfach, aber auch bewusst gesteuert mit vielen Trainingsanheiten und vom Level her einfach ein bisschen höher und ein bisschen mehr gemacht und intensiver in den Einheiten an sich gearbeitet, weil wir das ganz einfach gebraucht haben. Und da habe ich so ein bisschen das gesagt, wo wir uns noch verbessern müssen. Dann hat man, wie schon gesagt, bei unserem Partner in der Soccerakademie ein tolles Trainingslager ganz einfach, wo wir gute Bedingungen gefunden haben. Und ja, es ist natürlich toll, wenn du so eine Bedingung direkt bei dir in der Stadt hast, ganz einfach. Die Jungs haben sich wohlgefühlt, das ist ja auch immer noch mal wichtig. Wir haben auf unseren Plätzen trainiert. Von daher war es jetzt so, dass nicht jeder alles immer mitmachen konnte in der Vorbereitung, aber insgesamt war es in Ordnung, war es okay. Und wichtig ist ja im Endeffekt immer das, was rauskommt und dass wir heute mit drei Punkten gestartet sind. Ja, ich glaube, da sieht man auch, dass die Vorbereitung jetzt nicht so verkehrt wird. Also wie sieht es gerade mit dem Kader aus? Müssen ja jetzt wieder mittlerweile alle fit sein. Genau, mittlerweile sind wir ganz einfach auf so einem Stand, wo wir, ja, wo alle wieder da sind. Jetzt auf Verletzungen zurückkommen, auf beruflichen Gründen wieder zurückkommen. Natürlich noch nicht alle auf dem Stand von 100 Prozent sind ganz einfach. Aber ja, es ist wichtig, dass wir alle mit dabei haben, ob es Erik Stelzer ist, ob es Mats Hummels, der jetzt verletzt wurde, besser gesagt krank, wiederkommt. Reine hat eine ordentliche Vorbereitung gemacht, wo wir sukzessive das aufgebaut haben. Das hat heute leider noch nicht für Kevin ganz einfach zum Einsatz gereicht oder gepasst. Ja, wer ist noch? Bertha ist leider noch angeklagen. Philipp Kerali war gesperrt, der ist wieder in Martin Rola einsatzfähig. Wem haben wir noch? Ilja. Ilja war leider privat ganz einfach verhindert. Also da sind schon noch ein paar, die uns gut tun, die das Niveau auch nochmal insgesamt in der Truppe ganz einfach heben. Ja, ich hoffe, dass einfach alle gesund bleiben, dass sie fit werden, dass wir ganz einfach noch eine breitere Katerstärke haben und natürlich auch von der Qualität ganz einfach mit den Jungs, die jetzt noch gar nicht mit dabei waren oder noch nicht so weit sind, ganz einfach nochmal an Stärke gewinnen. Also heute hat ja die Mannschaft gezeigt, was sie kann, hat die Tiere drei Punkte nach Hause geholt. Wie siehst du das? War das ein glücklicher Sieg oder war es ein verdienter Sieg? Erst mal freuen wir uns über den Sieg überhaupt. Klar wünscht man sich als Trainer am besten natürlich noch einen verdienten und einen schönen rausgespielten Sieg. Aber wichtig in unserer Saison waren ganz einfach die drei Punkte. Ich habe den Jungs vorher mitgegeben. Ilja ist wirklich so verrückt. Wenn wir, jeder an seine Leistungsgrenze kommt, dann können wir auch bei jedem Gegner ganz einfach was holen. Und wenn wir das nicht schaffen, dann wird es halt, haben wir auch ein paar Beispiele schon drin gehabt, sehr, sehr schwierig für uns. Heute war es ganz einfach so, dass jeder an seine Leistungsgrenze und manche sogar noch drüber hinaus gekommen sind, insgesamt ein gutes Auftreten gehabt haben. Und ich glaube, es war ein verdienter Sieg. Wir hatten noch zwei, drei andere Möglichkeiten, wo wir vielleicht noch ein drittes Tor hätten machen können. Aber ich bin einfach zufrieden und glücklich, dass die drei Punkte hier im Abschritt geblieben sind. Gestern hat ja der Verein veröffentlicht, dass vier Spieler verlängert haben. Was, wie siehst du das? Ich finde es gut. Ich finde es gut. Nein, müssen wir nicht reden. Die Jungs, sprich Paddy, Messi, Silvano und Scheure sind wichtige Säulen ganz einfach in der Mannschaft, aber auch im Verein sind auch ein bisschen länger bis auf Paddy. Im Verein leben das auch, was hier passiert. Und ja, wir haben ja Ziele. Wir haben ja, klar, wenn wir die Spiele gewinnen, aber wir haben auch mittelfristige und langfristige Ziele. Und da ist es schön, dass wir als Trainer oder wir als Verein natürlich auch mit so einem Jungen, mit so einem wichtigen Spielern auch ganz einfach planen können und in die Zukunft gehen können. Die nächste Woche, Martin Roda, wie geht es aus? Das wüsste, wäre ich hell sehr. Nein, wichtig ist ja, dass wir eben das Erfolgserlebnis heute und jetzt ganz einfach hatten. Auch für die lange Woche, wo wir wieder viel und intensiv trainieren, werden ganz einfach ganz wichtig, was die Stimmung angeht und auch so ein Brust-Raus-Gefühl einfach entwickeln. Und das sind Martin Roda. Ja, ich hoffe und wünsche mir natürlich, dass es vielleicht mit Zuschauern klappt. Jetzt nochmal einen anderen Flair und eine andere Atmosphäre. Es wird ein Derby werden, wo jeder alles gibt. Und wir freuen uns jetzt schon drauf. zum nächsten Mal. Vielen Dank.